Hallo, ich bin der Christian Nett vom Weingut Bergdoll 3 von Nett aus der Pfalz und wir haben hier mein Glaube, liebe, Hoffnung. Ein Riesling mit ein bisschen Scheurebe und Muskatelle, um die Sache einfach ein bisschen fruchtiger zu machen, ein bisschen zugänglicher und nicht diese klassischen Riesling-Vorurteile zu bedienen, dass ja alles immer so sauer ist oder so süß oder wie auch immer, sondern es ist echt ein fruchtig, leichter Sommerwein. Ja, und zum Wohl.